Wir befinden uns im Solvang, einem nachgebauten dänischen Touristendorf im Norden von Kalifornien. Hier gibt es vieles, was dänisch ist oder was der Amerikaner zumindest für dänisch hält. Für Freunde der nordischen Vorgeschichte hat man in einem Park einen Urdolmen nachgebildet. Darauf der freundliche Hinweis 11.270 Kilometer nach Kopenhagen. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Heimweg machen.